Meine Damen und Herren, hier ist der Herr, wo die Logik meist nicht nachvollziehbar ist. Und hier ist Flo. So, moin Leute, ich bin's wieder. So, wisst ihr, was richtig, richtig komisch ist, wenn mir erst neulich auffallen ist? Und zwar, wenn ich auf dem PC mein Video oder irgendein Video ankomme von mir, nicht YouTube, sondern ein selbst gedrehtes, das ist hier auf der Speicherkarte drauf gerade. Und wenn ich das angucke, auf der Speicherkarte ist der DHB-Plus-Empfang mega gestört. Frag mich nicht, wieso. Das hat ja überhaupt nicht miteinander zu tun. Beim WLAN ist es genauso, aber da kann ich ja noch verstehen, wegen den Wellen und so, bei Radiowellen und WLAN-Wellen. Das ist dann noch irgendwie nachvollziehbar, ne? Aber wenn ich hier die Karte, also das Ding hier an den PC anstecke, was ist das, ich meine, das sendet ja keine Wellen aus oder sowas. Zumindest ruht sich das nicht. Äh, ja, also ich zeig's nochmal, bevor ich da nur rumlabere. Also jetzt noch tut's. So, und jetzt mach ich hier ein Video auf. Natürlich mach ich den Ton an, damit man es sieht. Und dann, genau. Äh, ja. Das war halt eben so. Jetzt, genau. Jetzt spackt das Ding total rum. Und wenn ich das Video ausmache, dann... ...tut's wieder. Und wenn ich ein neues Video anmache, ...dann hängt's wieder. Jetzt hängt's wieder. Okay, was so? Geblätscher wollen wir nicht hören. Aber ich hab's gesehen, ähm... ...ich kann mir nicht erklären, was das ist. Oder wieso, wieso das so ist. Hab ich auch noch nie irgendwie sonst gehört oder so? Ach, ich hab... Naja, man findet immer wieder neue Dinge, ne, Leute? Man lernt nie aus, ne? So ist es halt. Gut, ähm, das war's. Ich hab's wieder lange gebläts zu gucken. Bis zum nächsten Mal. Tschau. So, ein kurzer Nachtrag. Also, und zwar hier. Tut. Und wenn ich jetzt ein Video... ...auf... ...vom PC... ...auf, ähm... ...externe Verspielerzeite ziehe, ...tut gar nichts mehr. Wirklich rein nix. So, fangen wir mal kurz schon an. Jetzt ziehen wir das Video rüber. Das Video wird rübergezogen auf die Festplatte. Und DRB. Tja. Tut rein gar nichts mehr. Frage mich nicht, wieso, obwohl es da rüber zieht. Gleich müssen wir es wieder tun. Mach ich aus. Gleich müssen wir es tun. Warum das so ist, frag mich wirklich nicht. Ich hab keine Ahnung. Aber, naja, das ist halt so, ne? Per pré Ages. Tschau. I war requirements. stood те, ey. Schu nicht auf dem alles. Ich bin voll sicher. Ich bin voll sicher. Und ich bin voll sicher. Deutsche precautione relación. Ich bin voll sicher. Ich bin voll sicher.